ja leute und herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme nein nicht bvz nicht bvz sondern decken leute ich wollte verarschen ja ja klar verarschen wenn titsch den mark of deck in line und dann noch im spiel bist ja pvz geile verarsche ja hättest du es mir nicht geglaubt nein ne aber ich war kurz davor das ist aber ganz kurz er hat gezögert er hat zögert ich baue jetzt los dann landen ich kann mal genug im system noch mal nein nein es ist schon alle hat sie alle schon verballert stimmt und wir haben auch kein kloster mehr kannst du mir ding anpflanzen ich bin ich nicht erledigt die eichenholz kann sie die immer selber anpflanzen Prozent kann gerade nicht er hat auch ganz kann bock jungen hört das auch das ist eine antwort ich wollte es so sagen bitte nein das hat man doch natürlich also ich brauche ich am pflanzen eichen auch zu mensch und ich glaube ich brauche so zehn zwanzigtausend davon ein alles klar er guckte mal komm mal her mal wird erledigt meister eine ich jetzt nicht jetzt kommen ich arbeite gerade selber ich arbeite gerade selber gibt noch mehr leute als du die manchmal arbeiten alter was will ich denn gerade schloss naja keys oh scheiße wollte scheiße 11.000 keys voll wenige ja also du noch mal ein stack drauf ok ich habe einen stack rausgenommen hast du es wieder gleich vorher ja der teleporter geht zurück jetzt guck das wenigstens mal an das wird nix du weißt du schon dass ich hier den befehl drin habe was willst du guck mal wie viel ich brauche ich muss ein alter macht das schwert weg was ihr wollt ich kann wenn ich will mitmachen aber ich bin noch einmal auch darum so eine holzrand bauen das ist der erste stoppt da was schon weiß die zeichnung was haben wir eigentlich mal drinnen tausend hallo irgendwas hallo hallo seid ihr ich will mich mit wresseln seit japan und müsste es stehen doch vorher ja 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 darf ich mitmachen nein wir machen ja gar nichts zu denen guter wegfliegen bringt mich nahmen deine sachen nur noch weiter weg ein fuder geht rein ein lülü kommt raus warte was jetzt nehmen wir auf ich muss weiter klappt das noch mal Prozent im jährigen auch die hat er in der Welt das eigentlich behindert wenn man seitdem was in der Nähe da der Foto bist du schädig gut denn nix mehr in den Weg mit einem zählen Quarknäder wird kackst wieder komm mit dem Wort der Park und der Bargott der Bargott Thomas der Erste in der Nähe gefangen aus dem opfer wie zur hölle kamen im nähter wie zur hölle kamen hier skelette zombies und creeper hin die mich einfach in die luft gejagt haben du lebst doch noch das fortal ist aus krass oh Sven das ist jetzt ganz schlechtes Karo das ist schlecht das wird mir jetzt ein Fiss du Arschgeig du hast den Lappenorten betreten ohne Befugnis du wirst jetzt so oft sterben bis ich sehe ich war im Meier Tempel du warst am Lappenorten drin das hab ich gesehen das wird mich toll bestraft gar nichts du Arschgeigel lass dich ja mich wieder raus nein ok ich geh jetzt close down sammeln und wenn ich wieder kommen will ich hier rauskommen du wirst jetzt 5 mal sterben du wirst jetzt 5 mal sterben du wirst alles jetzt 4 mal ne ja ja jetzt lass mich in Ruhe jedes mal betreten bis 5 mal sterben ich war trotzdem beim Tempel du warst im Tempel du warst im Orden ja gleich oh jetzt hab ich die Szene in der Spezialfolge das durfte mich nicht ja gut da war ich drin ich musste es ja zeigen ne musstest du nicht du hast es ja eigentlich gar nicht wissen ich bin blöd tot weil das ist ja aufwendig kapiert bis er gestorben dann denn du musst das Ding anders machen der Eingang zum Orden wieder musst du anders machen nee kann ich leider nicht doch kannst du nein kann ich nicht hast du da sehr sehr näher aber leider musst du da drin verkaufen Alter kommst du eigentlich da jetzt wieder raus ne ne nö ja kommst du nicht raus wie soll er dann rauskommen er kann sich ja kein Feuerzeug machen doch kann er sind er muss sich glaub wenn er was dabei hat er braucht genug sagst du ihm nicht ne er hat nicht genug dabei ne das weiß aber das geht ja auch nicht er hat nicht genug Zeug dabei das geht ne na gut dann haben wir eigentlich was dabei unserer Ruhe ne ne da wird er sich nicht oben holen weil er kommt und tötet uns dann er wird ja jetzt aufstehen das sollte man halt rauslassen ne ja da doch mal ein bisschen äh Höllen-Action aber das Problem ist wenn wir es von unserer Seite entzünden gibt es dann kein neues Portal doch es gibt ein neues Portal aber woanders glaube ich nach der Welt ich bin ein Meister und ich habe das Portal wieder angemacht ihr BITCHES ja das ist lauter fuck ja nein ich hatte kein Feuerzeug dabei ich hatte einfach nichts dabei ja hast Lava abgekriegt nein ich hatte auch kein Eimer dabei und Futur wer mich im Netter gefangen nehmen will ne stirbt ja stürbt ja muss nicht mussten wir ja es mal kriegen äh ja soll ich nein jetzt aus der Luft zur ihr versucht mich nie wieder im Netter gefangen zu nehmen was ist denn du bist ja selber schuld ihr versucht mich dort gefangen zu nehmen und das wäre fast euer Tod gewesen die ist selber dort eingeschlossen nein ich hab mich da nicht eingeschlossen ich hab da keine Creeper hingestellt äh ich auch nicht doch und vor allem wir haben Nacht warum sind die Lichter aus? wir schalten die Lichter nachts ein ja wenn unser kompetenter Elektro-Spezialist so klug wäre könnte er einen Tag Sensor einbauen und dann kann ich nicht weil die gibt's nicht oder eine Zeitschaltuhr wie werden das? ja das geht aber nur auf der Schlafen legen stimmt die nicht mehr mach gar nichts du hast du wieder in der Hand das Schwert also hast du dich ja ich achte nur dass du mich schon nicht küsst aber ich hab grad meine Erde verbaut hier ja hab ich ja gesehen aber ich hab nicht beobachtet das ist das falsch ich hab grad mein Schwert grad in der Hand ich beobachte dich halt nur das ist mir hieß gar nicht mehr ah wirklich aber ich weiß wo du bist und will nicht hinterm Ding aber jetzt bin ich drin also kommst du nicht mehr ran also du brauchst was ab aber bist du nicht so ich mach jetzt hier ne Sicherheitsmaßnahme wisst ihr wie lange ich schon aufnehme? na keine Ahnung ich hab's auch verkackt ich hab jetzt hier ne Sicherheitsmaßnahme gemacht wo? dass das nicht nochmal passiert dass ein Krieger so schnell das einfach ausmacht das ist Zombie äh Hammer hast du jetzt Eichenholz angepflanzt? ja das fängt schon an ja durchbruch naja wir haben hier nur 2.200 Stunden ähm erst mal ein bisschen Cobblestone für Arbeiten so unser Niederportal sieht jetzt so aus als ob hier der Blitz eingeschlagen hätte aber auch nicht was aber auch nicht was äh alles klar äh wo sind unsere dann Spotbusses grab äh genau wenn wie lange nimmst du jetzt gerade auf? weiß ich nicht weil Ende nächster Folge sagst du mir bescheid dann tue ich ähm die äh ich hab jetzt noch Cobblestone mit in den Cycler mit reingemacht dann melden wir 50.000 Cobblestone also unser Messfit-Paket ein bisschen arbeitet besser ok wie sieht einfach unser Lava-Seil eigentlich aus? hab ich nicht gehalten erst schön bisschen leerer? ne hügeliger hügeliger? ja der macht hügelig ja und wir verballern ein bisschen Lava auch ich hab nur irgendwie Angst aktuell im Nieder mit meinen Sachen rumzulaufen weil irgendwie geh ich ja so oft out of energy ach so das ist ja doof ne? aber ich glaube jetzt gerade hab ich wieder ein bisschen genug Energie so hank ich da drüben hin fliegt du Pisser fliegt 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 Auer 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 ich brennen warum brenn ich eigentlich in Meta immer? das ist mir wirklich super rüsten wir haben eine super rüsten verbraucht dabei Strom also und du weißt du wie die Strom ich aktuell habe nicht viel vermutet dann kann ich das nirgends aufladen wir haben nirgends in Millionen Schulraum liegen oder bis 20 Millionen Schulraum wie viel wie hoch brauchen die Mops umzuspornen umzuspornen wie hoch braucht man die Mops umzuspornen drei oder drei Flächen hoch drei Blöcke hoch das ist ein Mops was für ein Mops egal was für einen normalen ich denke auch ein Treibblöcke um die Sommels oder was? kannst du auch einfach auf der Wiese draußen einfangen und dann wieder reinschießen nein ich will dass sie nicht spornen ich muss den ganzen Boden ausfüllen unter meinem Tempel weißt du wieviel Stein das verbraucht? ach so du willst dass sie nichts spornen mach einfach Licht dran ich fühl's mit Licht ausgenommen mach einen Lavaeimer rein fertig kann ich Monik den Gräber auch hier die zu verbraucher ınt dann Darkness und mit hash wir können die hier haben wir sehen Stone Sandi gesprengt haben ja 15 Minuten für ein oder 8 Minuten für einen Sundi, ja, Herrschwingen-Lazen ja, der war guter Sundi, der hat richtig viel geschmissen da waren halt paar Feinde mit Battleschus und so wie immer zeig mir eine Schlacht mit dem Warnus, wo keine Battleschus ist, so gut Mission failed so, ich muss hier noch Fensterwein von einfach Battleschus ist aber schon eine normale Waffe geworden, Alter, einfach jetzt kannst du überhaupt die für 50 Sets kaufen kannst, oder so du hast ja auch Maxim-Waffe, oder? ja, das ist ja trotzdem jeder mir darf ich nicht jeder von denen oh, fuck mich regt das gar ein bisschen auf ich beende jetzt einfach mal die Folge hier, dass es mir zu viele Nervenkitzel auf einmal jetzt sagen wir sehen uns in einer weiteren Folge ja, und Minecraft klicke live wieder ja, muss ich eigentlich sagen, servus und tschau Bis zum nächsten Mal declined Nora ツ ö oh go 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 här